Hier kommen wir, Joga Baby, hier haben wir dich, Kames, muah! Was denn das für'n doper, doper, doper Song, ist auf Twitter-Hink... UAH! Fremde, hab' ne Ansage, Digga, ist er... Kümmer dich doch um deine Scheißrute, Digga! Wir fickern euch, ist das klar? Du fickst niemanden! Was ihr getan habt, Digga, ist unter aller Sau! Das Einzige, was du fickst, ist dein Kopfkissen, Junge! Halt's im Maul, du kleine Porze, Alter! Ich denke, wie du hier reden kannst, Junge! Ja, Bruder... Hey, 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 hey! Hey! Ha! Was wir denn wollen, ne? Aufpassen! Hahahaha! Sekunde, Sekunde! Das Ding ist, wenn die am Anwesen vorbeifahren... Die Ballen! Christoph hat mir grade geschrieben, hallo iBims, die Grov, ich kann leider nicht für euch einreiten, da wir grade unsere Schneepies anfassen. Hahahaha! Waddup, Bro! Waddup! 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 Ich sag's dir, wie siehst du, wenn die das so stehen lassen wollen, so im Endeffekt, und sagen, nö, für uns ist das jetzt geklärt, dann nehm ich das mit. Lass lieber mal zu Esteban da fahren, ne? Ui! Guck mal, ob die da sind. Schnell zu Esteban! Hahahaha! Ach, du sagst ja, oder? Wir fahren auch nicht dahin. Au, 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 au! Erstmal ne Nackenklatscher. Hey! Hast du verdient, auf der Vorhine? Ich hab nur eine Frage, ne? Wir haben wieder... Ist zu! Wie tief? Wie tief? Der Revolver ist wieder weg. Also mein, also mein, mein Stützmus ist quasi nicht mehr vorhanden. Ey, fickt mich doch, ey! Tschüss, oder? Ein BMW? Das ist aber eine Mule, Nogi. Das ist eine Mule, kein BMW. Aber ich weiß, du meinst sie da hinten, ne? Was denn? Christoph! Ja, wir sind ja auch los jetzt! Let's go! Ich bin ein bisschen fickig, ne? Ja, dann fickst du halt deine Mutter an. Was ist? Was? 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 Wen? Was? Ja, Digga. Alles entspannt, ich mach hier nur Vorschläge, ich will euch da helfen. Stehst du auf Mutter ficken, oder was? Ich ja. Oh nein. Nee, 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 okay. Ich piss hier die Pflanze. Ja, ja, ja. Ich piss hier die Pflanze. Oh, lecker. Oh, das tat gut. Ja, ja. Oh. Ja. Schnell, schnell, Motor an! Ah, weg hier! Ich kann immer noch drücken und drücken und drücken. What the fuck? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Pablo? Hä? Also, gut reden kannst du ja, das wissen wir beide so. Meine Idee dahinter war auch nicht. Das wissen sie beide aber exklusiv. Also, wir hatten ja vorhin auch schon einmal Kontakt mit den... Wolltest du grad Triaden sagen? Nein. Ja doch, doch. Nein. Der Typ hat 100.000 Dollar Schulden bei mir und behauptet jetzt, ich hätte 100.000 Schulden bei ihm natürlich knistert. Was ist das denn für ein Bullshit? Warum das denn? Weil ich mir ein Auto von seinem Geld gekauft habe, was er mir natürlich geschenkt hat. Und jetzt schuldet er mir aber noch die Summe obendrauf. Also, versteht ihr den Sinn? Hä? Hä? Warum? Ja, okay, ich schuld ihm 100.000. Wieso knistert es da? Nice. Ich freue mich, dich kennenzulernen, du Legende. Ja. Ja, ja. Legende des Meeting Points. Ja, ja. Es ist nichts am Meeting Point los, außer Mike, der steht da alleine. Was machst du jetzt so? Rumfahren. Mal ein bisschen rumcruisen, sagst du, ja? Auf Entspannung. War am Meeting Point nichts mehr los? Äh, doch. Ach so. Ach so, wolltest du eine Runde drehen und dann berichten am Meeting Point, ja? Boah, Alter. Aiden, willst du ein Lost Place sehen? Ja, tschau tschau. Ein Lost Place? Ja, hier, guck, hier. Lost Place. Ja. Kann ich den Filterpost machen? Boah, ist ein Highlight, da bin ich noch nie durchgefahren. Ich lebe seit eine Halbjahre hier. Ach du Scheiße, Digga. Oh mein Gott, ey. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Wie ich denn weggehen, ey? Ach du Kacke. Ach du Kacke. Meine Fresse, ey. Ich hab grad so schön gewonnen. Ja, guten Morgen, du. Ja. Guten Morgen. Lenni, chill. Verhandlungen mit den Triaden sind schwierig, sagt Ösis. Ja. Simi, Sulz. Was? Wieso? Egal, du musst... Irgendein muss schon mal haben. Einer muss Sulz sein. Jimmy, das ist dein zweiter Schnitzer diese Woche. Fick dich. Wenn du jetzt aufs Auto haust, dann ist das eine Straftat. Dann nehmen die dich vielleicht mit. Das ist ein Argument. Scheißkarre. Gentlemen, wenn sie weiter hier in PDG die ganze Zeit rumschreien, zehn Monate Ordnungshaft, haben wir uns verstanden. Ja, lutsch mir doch ein, dann schick mich halt rüber. Nichts mit lutsch mir ein. Doch. Kannst gleich die Toilette von innen sehen. Ja, dann komm rein, krieg's aufs Maul. Alter, sag ich schon. Eumel, Eumel, mach mal ne Prediction. Baut Alter an einen Unfall, ja oder nein? Okay, vergiss es, vergiss es. Oh fuck. Vergiss es einfach. Ja, ist man einen Tag nicht da, ne? Einen Tag nicht da, was ist hier los? Ja, Markus, was soll die Scheiße? Oh, oh, oh. Bullshit's weg. Oh mein Gott. Was? Bullshit's weg. Ohhhh. Router. Sehr gut. Ups. Ach du Scheiße. Jimmy, was stehst du denn? Jetzt fällst du auch noch da rein. Warum stehst du hier? Oh, warte mal, da kommt was. Da kommt ein Auto. Der hüpft. Ich vergiss da, der hüpft ja. Der hüpft. WTF, Digger. Warum mussten wir her? Oh ho 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 ho. Wow, 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 wow. Ich fahr doch nicht mehr zur Küche. Ich kann ja sagen, wie viel drin ist. Worauf ich es mache. Eine andere Frage. Sag mal. Lüchse. Ich bin eine Waffe aus unseren Reihen. Das ist die Waffe von deinem OG. Das ist quasi ein OG. Das ist ein OG-Call. Ich weiß nicht, ob Thiago schon rausgenommen hat. Aber wenn, dann müssen es um die 60 sein. Bam. Au. Ja, dazu sage ich nichts. Au. Digga, dazu sage ich einfach gar nichts. Digga, ich war's gut durchgeschüttelt, Alter. Du darfst dich auch nie wieder beschweren, dass du keine anderen Leute ausmachen kannst. Du hast auch wirklich ihr Ding gemacht. Ja, er, er, er. Soll ich noch kurz gucken, ob du wackelst allein? Was das Verfolgungsjagd jetzt machen ist... Oh, ich brauch Gas, ich brauch Gas, ich brauch Gas, ich brauch Gas, ich brauch Gas. Ey, ich brauch kein Gas. Au. 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 Verfolgungsjagd jetzt machen wir ja richtig gut, ne? Digga, meine Knie auf. Du bist halt so spaßt, diesmal. Du bist so in Nullschau. Au. Au. Unterwegs? Ich steh neben dir. Wo? Wie, wo? Nee. Doch, links neben dir steh ich mit meinem Audi. Nee. Doch. Zeig mal raus. Warte mal. Nimm mal kurz. Mein Nimm mal kurz. Ah, hi. Halt die Schnauze, ich kenn nur mich und mein Team. Fahr durch die Straßen mit mein One, lass die Weiber ziehen. Fühl mich in meinem Anzug wie der Don. Ich mach, was ich will, nicht, was ich muss. Dumme Sachen machen, Digga, ist kein Schluss.